Hallihallo, in dieser Episode geht es das erste Mal wirklich ans Programmieren und zwar programmieren wir hier ein ganz einfaches Hello World Programm, also ein Programm, was auf der Konsole Hello World ausgibt, so wie es typisch eben für neue Programmiersprachen ist, beziehungsweise ja, neu in Anführungsstrichen, C++ ist relativ alt. Gut, dafür gehen wir zunächst mal hier auf Datei, neues Projekt, dann müssen wir hier auswählen Visual C++ und wählt dann hier aus leeres Projekt. Dann könnt ihr hier noch auswählen, wo ihr das Ganze gerne speichern würdet. Ich nenne das Projekt zum Beispiel mal erste Tests oder so, irgendwie so könnt ihr das nennen oder Tutorial oder weiß weiß ich, wie ihr es wollt und eben wo ihr es abspeichern möchtet und dann OK. Und in dem gleichkommenden Dialog, nee, gibt es gar nicht, aber falls da ein Dialog gekommen wäre, dann hättet ihr auch einfach auf Fertigstellen drücken können, das hätte gereicht. So, dann sind wir hier in unserem neuen Projekt. Da gehen wir hier auf Ressourcendateien, beziehungsweise, nein, Quelldateien, sorry, machen Rechtsklick, hinzufügen, neues Element. So, und wählen hier eine C++-Datei und die nenne ich zum Beispiel mal hello world.cpp. Cpp steht immer für C++, das ist, denke ich, logisch. hinzufügen und dann öffnet sich hier eine komplett leere Datei, also da ist wirklich noch überhaupt nichts drin und ähnlich wie es bei anderen Sprachen auch der Fall ist, brauchen wir hier eine Main-Funktion zunächst mal, die sieht folgendermaßen aus, int main, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf und dann haben wir hier auch schon den Rumpf dieser ganzen Main-Funktion. So, was wir allerdings brauchen, um hier überhaupt etwas ausgeben zu können in C++, ist eine Bibliothek, wo uns das Ganze erstmal erlaubt und das müssen wir dem Compiler auch erstmal sagen, hey, ich möchte diese Bibliothek bitte benutzen und das geht mit Hashtag include und dann iostream, so geschrieben, iostream und jetzt können wir hier auch schon tatsächlich was ausgeben und das geht in C++ folgendermaßen, cout, so, dann zwei solche Pfeile nach links und dann in Anführungsstriche hello world, so. Das hier macht uns allerdings noch ein Problem. Wir haben zwar cout inkludiert, das heißt, wir haben zwar in unserem Quellcode ein cout, was wir auch benutzen können, jedoch ist es in einem anderen Namespace. Solche Namespaces könnt ihr euch vorstellen wie bei Java, die Packages, da gehe ich später nochmal ein bisschen genauer drauf ein, das ist auch ein bisschen sozusagen eine low-Variante von Packages, also die können ein bisschen weniger als Packages, aber das befindet sich eben nicht direkt hier in unserem Namespace, den wir hier haben und um dem zu sagen, dass wir wirklich diesen Namespace benutzen wollen, müssen wir hier sagen std ... std ist hier in dem Fall der Name des Namespaces, den wir benutzen wollen und cout eben die jeweilige Funktion, die wir aufrufen möchten. Das wird in manchen Tutorials auch ein bisschen anders erklärt und zwar machen die hier oben ein sogenanntes using namespace std. so, dann können wir hier dieses std weglassen. Das ist für Anfänger okay, jedoch ist es für wirkliche Softwareprojekte eher bad practice. Das hier bringt man gerne Anfängern bei, ist aber nicht gut, denn es gibt verschiedene Funktionen, verschiedene Klassen etc. etc. in diesem Namespace, die wir eventuell anders definieren wollen. Also wir könnten zum Beispiel später hergehen und sagen, wir wollen eine eigene Stringklasse machen. Dann hätte die nichts mit dem std zu tun. Ja, deswegen ist es da besser, wenn wir den String benutzen, nicht direkt einfach nur String zu sagen mit diesem std hier oben, sondern std ... string. Deswegen das hier, wenn ihr es ganz richtig machen wollt, eigentlich weg und dann lieber hier hinschreiben. std ... so, Leute, die ganz schnell unter euch sind, ist vielleicht schon eine Sache aufgefallen und zwar ist diese Funktion hier vom Typ int. Ja, in Java zum Beispiel, wenn wir da eine Main-Funktion bzw. Main-Methode haben, dann ist die vom Typ void. Die gibt also nichts zurück. In C++ ist es ein bisschen anders. Wir können hier einen Code zurückgeben, der einem aufrufenden Programm, also stellt euch vor, wir rufen dieses Programm nicht selber auf, sondern irgendein anderes Programm, dann könnten wir diesem Programm eben noch ein paar Infos zurückgeben. Zum Beispiel, alles war in Ordnung oder unser Programm ist gecrashed, weil bla bla bla, also irgendeinen Fehlercode könnten wir hier zurückgeben. Wenn alles richtig war, dann reicht es hier ein return null zu machen, also die null steht hier in der Regel für war alles in Ordnung, hat alles funktioniert. Gut, alles andere würde für einen Fehlercode stehen. Gut, dann können wir dieses Programm im Prinzip schon ausführen, jedoch haben wir gleich noch ein Problemchen damit, aber ich führe es mal hier oben aus auf dem grünen Pfeil. Und dann sehen wir erstmal, dass der Compiler läuft, dann ging ganz kurz ein schwarzes Fenster auf und war direkt wieder weg. Das liegt daran, dass unser Programm sagt, okay, ich gebe Hello World auf der Konsole aus, okay, ich bin fertig und beende das Programm direkt wieder. Das heißt, wir sehen unser liebes Hello World gar nicht. Dafür gibt es allerdings mehrere Abhilfen. Dann unter Windows könnt ihr folgendes tun, System, Klammer auf und dann in Anführungsstrichen Pause. Auf die Art und Weise geben wir dem System, also unserem Windows direkt den Befehl, hey, mach mal hier jetzt bitte eine Pause rein, ja, also warte auf eine Eingabe. Unter Linux funktioniert das so allerdings leider nicht, da gibt es aber noch einen anderen Trick und zwar einfach eine while true und dann ein Semikolon. Dann würden wir hier zwar in einer Endlosschleife sitzen, können das Programm aber trotzdem auch noch in Visual Studio dann wieder beenden. Das zeige ich euch gleich, wie das genau funktioniert. In der nächsten Episode lernt ihr dann nochmal eine Variante, wie es auch richtig geht, beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht direkt in der nächsten, aber einer der kommenden, da gibt es noch eine deutlich schönere Variante. Gut, ich führe es einfach mal so aus und dann ja und dann haben wir hier unser Programm. Jetzt können wir es beenden, entweder hier auf X oder hier in Visual Studio einfach auf das Anhalte-Symbol. Das ist das Viereck drücken. Gut, ich zeige noch die Variante mit System Pause, das sieht dann folgendermaßen aus. So, Hello World, drücken Sie eine beliebige Taste. Dieses Drücken Sie eine beliebige Taste kommt von diesem Pausebefehl. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leertaste drücke, dann beendet sich unser Programm. Das ist natürlich nicht so wirklich schön. Was wir machen könnten, ist zum Beispiel hier ein Leerzeichen reinmachen, aber auch das ist nicht so ganz nett. Ein Zeilenumbruch wäre doch da eigentlich lieber. Das geht wie in anderen Programmiersprachen auch entweder mit einem Backslash und einem N. Also, ja, da ist es dieses besondere Zeichen sozusagen, um eine neue Zeile zu machen. Das sieht dann so aus. Oder alternativ können wir hier auch, das ist ein bisschen bessere C++ Syntax, dahinter machen nochmal diese zwei Pfeile in diese Richtung und dann std, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Endle für Endline. Das heißt, auf die Art und Weise wird hier auf jeden Fall auch ein neuer Zeilenumbruch generiert. Und dann haben wir hier unser schönes Hello World Programm. Gut, das war es schon wieder mit dieser Episode. Es gibt auch eine kleine Übungsaufgabe, die sollte wahrscheinlich für niemand von euch wirklich ein Problem sein. Gebt mal Hello World in zwei unterschiedlichen Zeilen aus. Das sollte jeder von euch hinbekommen. Gut, das war es mit dieser Episode. Ich hoffe es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Mir ist esیا, wir sind da. Über meant diminish bleibt bleibt bleibtiliaryories! Vielen Dank.